So, hallo ihr Lieben, grüßen Sie an, ich bin Parler, Beziehungsgurz, Diplom-Psychologe und wir haben wieder eine Beziehungsfrage diesmal von Tourette Scolo und oder besser Tourette Scolo und es geht um Beziehungsziele. Hallo Christian, ich habe vor sieben Monaten einen Mann aus einem Vorort von Paris kennengelernt. Ich selbst lebe in einem Vorort von kleinen Düsseldorf. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden, sehen uns jeden Monat, mindestens ein verlängertes Wochenende. Er kennt Freunde von mir und ich von ihm. Es läuft wunderbar, wir sind verliebt, aber wir vermissen uns natürlich, wenn wir uns nicht sehen. Jetzt hat er unsere Zukunft angesprochen, ich denke darüber auch nach, hätte das Ganze aber noch ein paar Monate so weiterlaufen können. Ich merke aber bei ihm, dass es ihm wichtig ist, unsere Beziehung bald auf ein weiteres Level zu heben. Das finde ich auch sehr schön und sicher auch richtig. Allerdings habe ich da gerade keine Lösung. Es ist nicht so, dass ich nicht in seine Stadt ziehen würde, da mein Arbeitsvertrag in meiner Stadt nächstes Jahr ohnehin ausläuft und ich mir eine neue Stolle suchen müsste, will. Seine Stadt ist auch eine sehr schöne Stadt und ich möchte die Chance nutzen, ihn kennenzulernen und eventuell wirklich lange mit ihm zusammen sein zu können. Oder machen wir uns was vor? Wir kennen den wirklichen Alltag ja gar nicht und leben eventuell in einer romantischen Blase. Ist es naiv oder mutig, die Zelte abzubrechen und zu ihm zu ziehen? Ja, ich habe ja neulich mal schon mal so ein Video gemacht über Entscheidungen treffen, das kannst du dir nochmal anhören. Sind da so ein paar Tools drin? Ja, ich würde mal versuchen, mal einen Monat mit ihm zusammenzuleben. Ich meine, sieben Monate habt ihr schon so langsam so die 200-Tage-Grenze erreicht. Das wäre schon mal gut. Und irgendwie ist es ja auch schön, sich ein Commitment zu geben und das nicht bei einer Fernbeziehung zu belassen. Also das finde ich alles richtig. Und ein bisschen Zeit habt ihr ja auch noch. Nächstes Jahr erst. Ja, dann würde ich sagen, versuch so viel, vielleicht auch mal, was weiß ich, eine Urlaubszeit oder irgendwie sowas, in längerer Zeit mal zusammen zu verbringen, dass ihr den Alltag ausprobieren könnt. Aber wenn sich das dann alles gut, also man kann sich nicht in allem absichern. Also wenn es dann nur Goals gibt und alles gut ist, muss man auch nicht immer das Haar in der Suppe suchen. Und manchmal ist es auch wirklich gut, was zu wagen. Also das ist halt immer der goldene Mittelweg. Also gar keine Vorsicht, sicherlich nicht gut. Aber ja, nur so auf der Bremse stehen ist auch nicht gut. Und du hast ja jetzt auch hier was, was sich viele wünschen. Mann, der committed ist und alles. Und ja, vielleicht bist du da auch so ein klitzekleines bisschen ein Minus. Also ja, würde ich mal weiter gucken, Zeit verbringen und dann warum nicht. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Und dann nochmal bei mir. Vielen Dank.